Dominion, Player vs. Player, let's go! Vor allem habe ich mir jetzt links bei den, äh, Orders nur PvP oder Gold geholt, also nur Aufträge. Ne. Was? Ne. Also, wenn man dich nicht hören tut, dann wird das jetzt im Video so sein, dass man dich jetzt nicht hören tut. So. Und für diejenigen, die jetzt gerade das Video anschauen, die nette Dame ist schüchtern. So. Hehehe. So. Okay. Okay. So, ich nehme mal meinen Samurai. So, die haben drei Samurais von deiner Sorte. Gott, haben die hinterher eine schlechte Verbindung. Solange das Ding nicht abspielt wie vorhin schonmal. Also, jetzt ist bei mir noch nicht abgeschmiert, also... Ist jetzt nur alles gut. Ja, nein, aber vorhin waren ja schonmal so Connection-Issues. Ja, das kann nicht nur noch passieren, dass wir eine Connection da, das ist... Warum haben wir so viele Bots in unserem Team? Ha, wir haben beschissen. Achso. Wollen wir mal mit... Mit das Game Connect. Ganz toll, und ich bin in der Partier des Teams. Äh, hier. Und wieder kommen wir mitten ins Spiel hinein. Oh, da kommt sich mal Gegner. Nein! Ich konnte mich nicht mal wegbewegen. Haha. Na toll. Ich bin gleich mal gestorben. Ich bin gleich mal gestorben. Tschüs. Tschüs. Der war gut, kommt unter die Treppen und ich klatsch voll drauf, klatsch ist er weg. Klein mal den ersten Kill, 3Kill. Ok, B haben wir eingenommen. C haben die wieder Gold. Die rennt da hinten hoch, wollen wir hinterher? Ich gehe zu A. Ich glaube das ist eine Falle, wenn der schon so weg rennt. Oh der hat Angst. Er ist längst über die Brücke. Der ist noch zu zweit hinter dem. Ist der gerade runter gesprungen? Ne ne, der läuft da vorne. Ich komme zu dir wieder hoch. Ja da ist noch ein anderer. Der eine läuft schon gleich mal aus dem Spawnhaus. Oh da ist er. Da ist er ja. Nice. No change. Und da kommt da nichts hin. Scherz. Oh der hat mich gekottert. Danke. Danke. Ich war gerade voll von vorrecken gerade. Im letzten Moment. Ich hatte gar keine. Ich hatte gar keine Ausdauer mehr. Und ich habe schon Level 3 erreicht. Ich habe mich ganz unten gehen. Ich bin nur Level 2. Äh ne Level 1 noch. Sollen wir mal helfen gehen? Oder meinst du da kommt einer auf einen? Ah da kommt jemand. Da kommt 2. Da kommt jemand. Da kommt 2. Da kommt jemand. Ja renn du Sau. Renn. Oh tschüss. Klatsch. Vitality. Der sieht Treppen wo die Leiter hochlaufen. Ich habe mir einfach rumgekickt. Ja. Hey wir gewinnen sogar noch. Ich halte es vom Kopf nicht aus. Ja wo wir da sind. Ja wo wir da sind. Wir haben halt 3 Bots ersetzt. Oh lol das sind 2. Also hinter dir. Ich sag ja das sind 2. Au. Ah. Scheiße. Ich hatte gerade eine Axt bekommen. Was. Nein. Ich war leider geblendet. Oh ja der erste Sound. Komm noch weiter. Was stehst du denn da rum? Äh in was? In Kacken? Ach so in diesem Spiel. Ja ja. Also ich weiß nicht ob es schlecht ist. Ich seh's ja nicht. Also ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht mit Haufen jetzt. Ja. Haha. Aber natürlich. Ja. Wenn der auch immer hinterher kommt. Der soll mal stehen bleiben. Da kommt einer hinter dir her. Ja. 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 Aber natürlich. Ja. Australien. Ist aber kein Bundesland. Hahaha. Yes. Ne. Der war total schlecht. Der war nicht nur schlecht. Der war übel schlecht. Der war nicht nur schlecht. Ich muss dein Kotzen. Bleh. Äh. Äh. Ich mach gerne Kanackenwurst. Denk dran Lysian. Du weißt dass du ja online bist. Ne. Hahaha. Hahaha. Was. Ich hab das jetzt nicht gehört. Was. Ne. Das ist. Wird alles aufgenommen. Hahaha. Ah. Das ist natürlich nicht schlecht. Äh. Da. Wann ist er. Das kann ich jetzt nicht sagen. Oh. Woh. 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 hier masturieren das geht noch nicht konstant ein stück ein ich glaube und das geladene ist jetzt gerade fertig geworden und jetzt spiel ich und der rand braucht aber auch nicht so da kommt noch ein update also zum beispiel heute morgen wäre ein schönes foto geworden wo ich im bett lieg er ist so gut so wollte ich nicht weiter schicken das wäre ganz bös geworden das ist doch nicht so gut wenn ja er weiß schon bescheid er weiß er weiß schon bescheid das ist doch das ist doch er ist doch er ist doch was ist doch da ist doch Ja genau, ich fahre zu zweit auf mich drauf Okay das ist die beiden bei 2 sind wir 10 Ja 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 Ich hab's gesehen Scheiße Aber ich hab ihn erledigt Jetzt bei dir oder? Ich hab ihn erledigt Ach sei schon dann geh ich in die Mitte Dann geh ich in die Mitte Ja Oh ist bei dir auch wieder einer? Ja Ja Oh Wow Meine Aus Was? Ich leg an der Kante steh auf den Fall runter Er tut den anderen wiederbleiben Aufpassen Ja das ist weg Aber wir liegen noch in Führung aber nicht mehr lange Ja Wir müssen uns beeilen Um etwas einzunehmen Ich komm zu C Ja 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 Ich hab' ihn nem Ich hab' ihn Und ich hab' ihn Ich hab' ihn Ich hab' ihn Und ich hab' ihn Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, I should have done lights up. That's a mess, it's better from here. What's wrong with that? I don't know. 2. Runde gewonnen. Läuft. Bots, so langweilig. Egal. Gewonnen ist gewonnen. Lame. 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 Macht Spaß, ich glaub ich hol's mir. Noch. Noch. Das ist das große, fett gedruckte, unterstrichene Wort. Noch. Ja. ach du schon wieder ja ich schon wieder oder kommt wieder ich komme runter ich komme von hinten weiter okay Ah, da kommt 2 zu c. Ja, wir haben hier bei der Mitte 2. 1 erledigt. Ich habe auch 1 erledigt von mir. Eine Ausdauer ist dauernd. Ich muss mal in die Mitte. Der 2. auch erledigt. Mann! Die Tier. Warte, kommen sie in die Mitte? Kommen sie zu zweit? Da soll der Kahn da rüber gehen. Ich will hier... ...race defend. Warte, kommt hier wieder einer. Wow, 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 wow. Hilfe! Help me! Okay. Nice. Auch wenns unfair was war, aber... Zum Wikinger muss man echt aufhören aufpassen. Oh, da gehört sie zippen. Ja. Jetzt übt du in den links auch mal die mit der... Ja. Nein! Verkack... Verkackt. Ja. Verkackt. Ja. Ja. Sie sind richtig gut im Spiel. Ja, du bist richtig gut im Spiel. Ja, ich hab dir gerade meinen Bogen gekillt. Ist so ein Special von mir. Bei Level 3 kriege ich jetzt so einen langen Bogen, mit dem ich auf Weite des Satzes groß ist ein Schaden habe. Ja, schön. Voll geil, da rein alle in den C rum, ne? Kommt der Arzt aus und will den gerade plätten. Ich hole den Bogen raus, zack, tot. Was ist los? Ja, krach. Verlosung, ne? Verlosung, ne? Ja. So, wenn ich deine Adresse kriege, dann komme ich auch vorbeigefahren. Victory! Das war jetzt eine relativ gute Ausgabe. Endlich mal ein Spiel, wo sie spielen können. Nichts Problem. So. So. Also das müssen wir noch machen, dass dann auch wieder Leute reinjoinen irgendwie. Ich hatte das besser noch nie gehabt, dass bei mir Leute reinjoined sind. Ja, das ist, also wir haben es ja selbst schon gemacht eigentlich. Also es funktioniert schon, aber es hat, naja. Kommt darauf an, wie viele Leute spielen immer. Es ist wahrscheinlich auch die Frage, ich könnte mir vorstellen, dass es auch wirklich einige Gruppen gibt, die wirklich nur zu zweit oder so sind. So wie wir halt dann so gerade eben. Dass man die da vielleicht zusammenschweißen könnte oder so. Aber ich wette, das ist auch wieder ein laufendes Spiel. Also wenn man joint, kommen einmal laufende Spiele rein, aber sonst kommt keiner in unsere Spiele rein. Tavis ist einfach zu gut. Du zumindest, du zumindest. Ich bin mal gespannt, ob es dann irgendwann auch so einen Wettkampfmodus geben wird. Also wo man sich dann einranken kann und so. Wahrscheinlich. Weil taktisch genug ist es ja. Ja. Wenn der Dings Sterbehilfe es auch noch kaufen tut, wären wir schon mal zu dritt. Ja, ich kaufte mir das auf alle Fälle. Und Vanessa wahrscheinlich auch. Die steht voll auf Fikinger. Oder stehst du auch so Mittelalter-Schlachten, Vanessa? Ja. Also so Taktik, Strategie, Mittelalter-Schlachten. Ja. Also ich hol's mal auf alle Fälle, das war ja geplant. Aber dann müssen wir noch bis nächstes Jahr warten. Ich komm mit. Das ist doch zu dritt auf 10. Okay, geh du hoch. Ich bleib bei B erstmal. Ja, wir haben oben schon einen. Bleib du dann unten. Sag's, wo einer ist? Ne, ne, ich mach den Mitspieler. Bleib bei mir, ja. Ja, ich komme über dir. Was? Oh Gott, es sind zwei Leute noch unten. Was immer. Okay, eingekannt. Jawohl, mach sie alle Platz. Oh, nee. Daniel, du darfst die Tonspur nicht benutzen. Das ist, das ist gegen die Regeln. Danke. Bitte? Ich bin, ich bin staatsgeschützt. Meine Stimme darfst du nicht auf. In deinem WP-Rusten. Oh mein Gott, mein Headset macht mal die Hufe. Das ist not good. Der staubt einfach mal ab. Oh, normal. Daumenverkehrs. Oh, ich werde mich jetzt schön zärtlich beruhen, aber... Zack! ...euch stöhnen. Oh ja, das kommt alles in deinem Play vor. Du bist auch draufhauen. Ich bin krank. Ich bin heil und gesund. Das hatte ich mal teammate fast gekillt. Nur... Nur ich bin... Ich bin halt... Ich bin... Ich bin... Ich kann normal sein. Ich kann so sein. Ich kann auch so sein. Und Daniel, mach mir Platz und wiederbeleb mich. Wo bist du? Beleb mich wieder... Ah, nee. Kannst du gar nicht mehr. Ja Daniel, mach mich Platz und wiederbeleb mich. Und dann machst du mich nochmal Platz und dann wiederbelebst du dich selber. Isaac, mach uns ganz. Das geht doch nicht. Hä? Was? Muss ich dich jetzt noch stehen? Nein. Gut. Will ich auch gar nicht. Mach uns wieder ganz, Isaac. Wieso komme ich hier in diesem Spiel nicht mehr weiter? Was ist denn das für ein scheiß Waypoint? Ihr verfi... Arschwicker. Okay, ich bin tot. Ah ja. Keiner will sich 10 krallen. War noch falsch. Du, äh... Daniel, das... Video musst du dann aber ab 18 machen, ne? Äh... Schon alleine, weil ich hier drin bin. Oh ja. Das kannst du laut sagen. Und Sterbehilfe wurde ja auch erwähnt, also von dem her. Hat da kurz einer die Leiter hoch? Sind zu dritt oben. Ich komme hoch. Äh... Für Zuschauer, die über 80 sind, bitte nicht dieses Video angucken. Scheiße, ich bin gerade älter von der Komplatte drin. Du allein gegen drei. Boah, die machst du alle hier. Verdammt. Ich würde mich feige zurückziehen. Genau das heißt... Das ist ein klugischer Schachzug, Rückzug. Ein klugischer Schachzug. Ein klugischer Schachzug, okay. Ein klugischer Schachzug, Rückzug. Alles klar. Alles klar. Ich bin noch ein klugischer Schachzug. Das ist ein klugischer Schachzug. Was machst du denn? Boah, da ist ja immer Glück gehabt, mit weggefallen. Leiter unten auf der Leiter? Nee, der ist so blöd im Tettel. Mich hat es voll erwischt fast. Ich werde fast gestorben. Voll erwischt fast. Junge. Ah, da kommt einer die Leiter hochgelaufen auf Richtung C. Äh, ja. Von links kommt er auch. Was denn? Was? Ich wollte gerade sagen, warum stimmt der nicht? Ich habe auch erst gesagt, der ist tot und dann ist er noch weitergelaufen. Was? Ich tue mal hier ein paar Minutes filmen. Ja, ich geh jetzt auch unter den Leiter. Nee, ich krieg schon alleine. Es sind nicht so viele. Geh ich halt auf A. Kannst ja mal gucken, wo noch Bedarf ist. Oh, vor allem da kommt noch Ritter. Boah, jeder kriegt auf die Fresse. Egal auf Windstreiter oder Gegner. Ja. Hauptsache da drauf. Alles klar, wir haben wieder gewonnen. Und wir zuhören. Nein, 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 ein Wikinger hat mich. Verdammt. Komm weg! Ah! Auf wegzuwenden. Au! Ja, genau. Geht zu zweit auf mich. Blöde Säcke. Äh, ich sollte das eigentlich nicht verlieren. Jetzt will ich das nicht verlieren. Nein! Nein! Ich weiß was, ich will aber gleich mal ein Langbuch aus. Shit. Roll, 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 roll. Okay, jetzt wird's spannend. Okay, einer weniger. Ja. 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 Ja, locker. Ja, das war gut. Ja, das war alle auf einmal niedergemittelt, ne? Ich hab meine ganz... Ja, das war... Ja, das war alle auf einmal niedergemittelt, ne? Ich hab meine ganz... Ja. Kann man auch mal machen. Dass man jemals nur 10 Gold bekommt, das ist schon ein bisschen blöd. Ja, du musst halt die ganzen, äh... Aufgaben mal machen. Hm. Keine Ahnung. Ja doch, ist so.